Hallo, ich bin Fabia. Ich bin Diana. Wir machen die Lehre als Fachfrau Hotellerie-Hauswirtschaft im Bifang Wohn- und Pflegezentrum in Wohle. Wir zeigen dir jetzt unseren Alltag. Hier im Bifang sind wir immer eineinhalb Monate pro Abteilung. Die Abteilungen sind die Wäscherei, die Reinigung, der Service und eine Teiladministration. In unserer Lehre führen wir Arbeiten aus, wie Tischdecken, Zimmerreinigungen, Menikärtchen gestalten und Wäschmaschinen beladen und vieles mehr. Im Bifang gefällt mir das Arbeitsklima und dass alle Mitarbeiter sehr hilfbereit sind. Im Beruf Fachfrau Hotellerie-Hauswirtschaft finde ich am besten, dass man viel Abwechslung hat und mit vielen verschiedenen Leuten zusammenarbeiten kann. Wichtig in unserem Beruf ist, dass man Teamfähigkeit und Genauigkeit mitbringt und ein freundlicher Auftreten gegenüber unserer Bewohner hat. Wenn du Fachfrau Hotellerie-Hauswirtschaft machen möchtest, müsstest du teamfähig sein, höflich und hilfsbereit sein. Wenn wir jetzt dein Interesse zum Beruf Fachfrau Hotellerie-Hauswirtschaft trägt haben, dann bewirkt dich doch bei uns im Bifang. Wir freuen uns auf dich! Bis zum nächsten Mal!